Hallo Leute, herzukommen auf Auf den Kanal Star No Gaming Und heute, wie ihr sehen könnt, spielen wir mal wieder eine Runde Snow Runner Ich hab ja sehr lange das Spiel nicht mehr gespielt So, was wir jetzt erstmal machen können, ist auf M drücken Vielleicht muss ich nämlich irgendwo hinfahren, wo ich keine Ahnung habe, tatsächlich wo Wahrscheinlich zum Anhänger-Shop So, sieht aus, hinzufügen Fahren wir einfach mal Ach ne, ich muss hier hin Achso, ich bin schon hier Aha, Anhänger-Shop, das ist ein Anhänger-Shop Hier kannst du je nach Aufträge, äh Auftrag Nee, weg geht es, weg Fängt daran, dass du sämtliche Tutorial-Tipps und leider nützliche Informationen zu verschiedenen Themen ins Spielkodex findest Okay, jetzt muss ich da vorne hinfahren Ah, hier ist also auch schon Schnee, tatsächlich Nee, klingt das wieder Scheinbar soll ich doch da drücken, irgendwie Ey Leute, ich bin zu dumm dafür, äh, der ist auch solch einiges So, uh, let's go Rein da Anhänger-Shop So, jeder Anhänger kann entsprechend deiner aktuellen Bedürfnisse gekauft oder verkauft werden Beachte bitte, dass du diese Äh, dass du die richtige Sattelkupplung brauchst, um bestimmte Anhänger anzunehmen Ja, okay Also, das hier Das hier kann ich mir, upsala Also, das hier könnte ich mir kaufen Ist jetzt die Frage, ob ich's kaufen soll, ich kauf's einfach So, Anhänger wurde bereits gekauft Ganz Anhänger, die du in der Wildnis findest, ankoppeln und je nach Bedarf verwenden Anhänger werden über das Funktionsmenü angehängt Sollte dies nicht möglich sein, kann es dafür mehrere Gründe geben, wie die Entfernung zum Anhänger der An... Äh, äh, was an, er, an, er, herrungste Winkel oder fehlerhafte Ausrüstung Okay Um einen Anhänger arm zu koppeln, musst du dich mit dem Fahrzeug hack nähern Sobald du da nach genug dran bist, aktiviere das Menü V Na, dann muss ich jetzt mal raus und V So, Anhänger lösen Ja, aber der ist ja dran Sösen und dran fahren Okay So Jetzt fahr ich da einfach zur Garage Ich denke dann, dass du ziemlich total nötig sind Ja, das hast du grad schon gesagt So So Fahr ich mal mit meinem Ohrenhänger da hinten hin Am besten ohne zu rutschen Nochmal Allradantrieb an So Am Gib dich zur Werkstatt Ja, da bin ich doch So Löse den Anhänger, um die Werkstatt in die Werkstatt zu gelangen Okay C Achso, V Dann kann ich lösen So Perfekt So, und jetzt kann ich C So Fuck, stop Ich weiß nicht ganz genau, was ich hier jetzt machen soll Weiter Werkschaft verlassen Was genau soll ich jetzt tun Spiel Hey, aber ich war doch grad schon hier Ich hab doch grad schon das gekauft Nee Ich weiß echt nicht, was ich machen soll Also wartet, Leute Ihr kriegt das hin So Aufträge Hier ist doch Aufträge Blackbird Wat für'n Ding Nee Weit Weit im Back Da komm ich nicht hin, weil da keine Straße ist Okay Machen wir das weg Und gehen wir hier drauf Und machen wir einfach das So Dann machen wir hier eine Markierung hin So Keine Ahnung, was da hin muss Aber egal Ich würde sagen Ja, wir fahren jetzt einfach hin So Perfekt Wow Oh nein, jetzt sag nicht Ich steck hier fest Na, ich steck hier fest Äh Wer Ja Ja So Mal Nein, ich hol mir keinen Anhänger So Fahren Fahren sie weiter So So Nein, nicht schon wieder da rein Okay, perfekt Ich steck 35 Darf ich fahren, wie schnell fahr' ich denn Ich sehe das noch nicht Ich steck Ich steck Ich steck Ich steck Ich steck Ja Scheinmal ist das auch der Echt zu beendet um hier aufzufahren. So. Gerecht. Geschafft. Hundert Meter noch. Der ist halt direkt hier. Problem ist, ich komme hier nicht durch. Hä, was soll man denn hier maten? Ey Leute, ich verstehe das spinnig. Ich weiß nicht, was man hier machen soll. Ich habe auch keine Aufgaben oder sowas. Aufgaben habe ich nix. Aktivieren. Aufgaben können sich auf die gesamte Region ja. Lieferung zu Ersatzteile 2. Was für Ersatzteile. Egal, ich habe es jetzt auf jeden Fall nie gesehen. So, jetzt müssen wir nochmal ganz schnell hier zurück. So. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Perfekt. Nicht ins Schnee. Bitte. Mann, warum kann das Auto denn nicht gerade fahren? Ist das zu behindert, dachte ich, oder was? Kommt da echt da schon Allradantrieb an. So. Ey, ich schwör, dieses Auto ist so behindert, ne? So. Ey, ich schwör, dieses Auto ist so behindert, ne? Perfekt. Perfekt. So. Schaffen wir doch. Okay. Müssen wir hier links rein. Ja, ich will es laden. Blödes scheiß Dreckste Teil. Ach, das passt nicht. Ach ne, jetzt muss ich mal das kack andere Ding holen. Ey. Bin ja umsonst hier hingefahren. Wo ist denn eigentlich mein LKW hin? Nein, ich will meinen Kack LKW. Hä? Hä? Ich hatte doch ein LKW. Ah. Ey, Leute. Sorry für diese Kack-Folge. Aber... Ich muss das Video jetzt leider hochladen, weil ich habe jetzt keine andere Möglichkeiten, nochmal ein neues Video hochzuladen. Leute, es wird definitiv in der nächsten Folge was geben, was ich hier auch wieder gemacht habe. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann ist es gerne ein Liken, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut euch das eben auf meinen Discord-Server, vorbeides, unten in der Bibelgeschreihe verlinkt. Habt noch einen traumhaften Tag. Und dann hat euch das dann doch. Tschau, tschau. Outro